ein neuer dacia docker ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in diesem blauen fünftürigen wendplatz der wend besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie sitzheizung alufelden navigationssystem dachrailing bordcomputer und noch vieles mehr das fünfgang schaltgetriebe überträgt eine leistung von 116 ps auf 100 kilometern liegt der angegebene verbrauch des benziners bei 5,7 litern kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen so 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 so